Das ist dieses sehr enge Drehtürl, wo ich jetzt das Radl doch ziemlich zerlegen muss. Über viele, viele Kilometer ist der Wald hier eingezäunt. So eine Stange, die wiegt sicher 30 Kilo. Da sind zig Tonnen an Stahl verbaut, damit sich da ja kein Tier durchgräbt. Da ist hier kilometerweit Baustahl eingegraben und daran der Zaun befestigt. Und das alles nur für das Hobby, die Fischer abknallen zu können. Der Zaun, der geht da auch durch jedes Gelände durch, bei den Felsen und so. Kilometer weit. Jetzt muss ich mal den Rucksack durchbringen. Allein schon mit dem Rucksack eng. Da kommt der Akku. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Schlüssel natürlich. Mit dem Rucksack. Logistische Probleme tun sich da auch. Ah ja, Tini, die müssen wir da auch noch irgendwie durchbringen. Und beim Ausgaren kann man dann das Vergnügen noch einmal. Dann kann ich dann wieder alles zerlegen, weil das dann noch einmal so eine scheiß Tülle ist. Leider Tini, dann geht es nichts durch. Hier war der scheiß Zaun. Alles wegen den Hobbyjägern. So, jetzt kommt das schwierigste Ding. Nämlich der Rahmen. Na ja, genau. Gabel hat er so oben drüber geblieben. Jetzt geht es sich mit dem Lenker nicht aus. Das ist doch eine Scheiße hier. Putzflügel umbiegen. Ah, das ist wirklich ein Krampf hier. Geschafft. So, jetzt wieder alles zusammenbauen. Na Tini, weiß nicht wie man da durchgeht. Ich zeig's dir gleich. So, komm her mein Schnucki. So. Gut, komm, da geh rein. Nein, 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 nein. Da geh rein. Nein, auch nicht. Da geh rein. Aua, die hat Angst. Schön da drin bleiben. So, zu zweit haben wir keinen Platz. Da drin bleiben. Das ist ja gar nicht recht gewesen. So, zusammenbauen. Das gute Stück. Super Tini. Hahaha, ja. Gut überstanden. So, die ersten Meter im Jurassic Park. Okay. 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 So. So, da dran kommt die Kletterstelle. Uh. Okay, da ist jemand runtergekullert, nach den Spuren zu schließen. So, da oben ist der Zaun. So, da oben ist der. Man kann auch halten selber. Hopp. Man kann auch halten selber. Nå se ich das. Hinteskletter selber. eine expedition geschafft jetzt kommt da nur noch eine mühsame stelle nämlich wieder aus dem jurassic park herauszukommen wie eng sieht sich aus Wieder so ein Riesenbrocken. Untertitelung des ZDF, 2020